Ich will anstehen, dann lass ich mich umbringen, wenn ich nicht vorher schon stirb. Ja geil. Ja weil ich das ja überlebe oder weh. Ja, Stern. Und jetzt lass ich mich umbringen. Ich weiß nicht, seit wir lange kein Fischer gegen die Mops. Nein lass mich nicht umbringen, weil der Fliegen jetzt fliegt schon der nächste Stern. Und schon der nächste, der das is you get. Ich soll ihn trotzdem mal probieren, herauf zu beschwören. Halt! Nein, ich will nicht. Da kann man entweder so lange warten oder alles ganz weg. Ich weiß nicht, von mir ist er so sehr lange gekommen. Du musst auf... Und bis jetzt ist er noch immer noch. Ja, wann kommt der alte Mann wieder? Ja. Ja. Das will ich jetzt nicht wirklich verkacken. Äh, ich weiß, was er denn dann kommt. Ich glaub, der geht ja gar nicht weg dann. Nur wenn du ihn umbringst, ist er weg. Nein, der alte Mann da. Wo... Äh, wir sind ja auch der Katastrophe. Es ist nervig. Hier mal stark. Ich... 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 Wir wird 13 Stern der Hölder. 14. vierzehn mana kristall essen ich habe mana so jetzt hast du mal ein sortieren linksen ich habe die mann saphir und robin die bose sage ein leben ein muskrierenden bediener joinen stehe an vor mir auf kohle ich bin mir einfach so er geht immer wieder um ja topos all die apostol ihr wolle für diamanten das wie viel links noch drücken zwar oder was ich habe noch eine ich schwöre man einmal so ich habe jetzt meine linke eigentlich also probieren wir es einmal ja aber vorher schnell stapeln wenn es eh nicht schon da weg wird wird schon nicht noch nicht weit so gehen wir zuerst aufs doch ja gehen wir noch vor aufs doch ich bin vorher im nahkampf irgendwie haben wir glaube ein bisschen blöde chancen muss ich sagen so ich habe keine Augen gemacht nein meint weil das hat ich hatte die kleinen Augen ja das geht das scheiße ab mir du weißt wie viel lehm wir anzählen nix verdammt das wir brauchen stärkere waffen will ich nur halten wir brauchen wir brauchen eigentlich nicht stärkere sondern gehen wir in die jungle rein ja wenn wir es bis dorthin schaffen warte aber kurz auf mich ich mache jetzt mal eine gewisse warte ich möchte nämlich eine domahawk ach was eine domahawk jetzt kann man die beöffnen und gucken wie er zurück oder eine blade of grass das ich brauche warte kurz ich mache nur eine Wanderreparatur ich habe gesehen da fällt ein Stück die Wand du wirst nicht los du wirst nicht auf mich du wirst nicht auf mich du musst nach rechts das war es schon äh ich möchte nur noch zwei auch ich mache mich jetzt dabei bin ich habe noch drei Leiden also genau ich habe zwei jetzt füge ich habe noch eine Fertur was denn gibt so kommst her äh ich bin glaub ich war ok ich habe keine Ahnung was das was ok entschuldigt mir ist gerade die Aufnahme abgeschmiert PADOM PUSCH und ja und ich habe keinen Plan wieso wahrscheinlich habe ich jetzt kein item oder sonst irgendwas ja was ja was hab was nur es hat nicht gerade vor gespeichert na wohl geil jetzt habe ich alles doppelt ja das ist normal wie geil es ist ja geil ich habe fünf verfaultes Fleisch brauchst du jetzt noch die Sachen was die Sachen reden mit mir die Linken die Linken die Linken die Linken kannst du nichts aufhören damit brauchst du es jetzt die Viere ja kann man jetzt ah Changi ja Changi LRL EINFASTER NION NION cheiße ein geblieben Fack 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 Jörg oder sein Bruder? Echt, sonst steht was. Jörg oder sein Bruder? Wie heißt der Bruder überhaupt? Join! Ah, David. David, der Kleine. Und join der grüne Party bitte. Ah ja, genau. Ja, I'm a green one. Nein, du machst nicht schon wieder einen Leichenkeller. Wie soll denn das? Das sind so meistens deine. Ja und? Das ist der Scheiß-Gang da drüben. Es ist generell ein Scheiß-Gang für dich, habe ich das Gefühl. Es ist generell ein Scheiß-Gang für dich. Es ist generell ein Scheiß-Gang für dich. Es ist generell ein Scheiß-Gang für dich. Du-dün-dün-dün-dün-dün. Dün-dün-dün-dün-dün. Danke. ok jetzt kann man wieder in deinem ge- äh äh schau hast du soviel grobstammer da kommt schon der nächste schlau koffer kommt mit den schwärzen scherze na na da bin ich vor allem gestorben du bist dumm das habe ich nicht mehr zusammenbrach da ja wird wenn man zehn von der scheiße geben ob es insgesamt so und jetzt kommt glaube ich gleich der vater ihr wett was der nächste ist eh der wurm da ist der wurm drin da ist der wolf drin da ja 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 ich habe mich genau festgeheirat vom dami angegriffen ich bin hier raus und ich warte auf sie dann ja wenn ich sie immer raus schaff scheiß verpackte fecher ja okay ich muss kurz 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 ich höre ich kann teuerver gebrauchen haben wir nur so schnell Wer ist da? Schnurbelmeckli auch Gehen wir uns das Schnurbelmeckli nach rechts Wo? Ich hab 7 Lehm Komm her Ich hab 10 Lehm, ok? 75 Lehm Lass mich los Warte Jetzt sind wir ja raus Oh, ich kommt noch von hinten Erledigt Ja, der braucht ja die Feuer braucht Warte kurz Ich muss kurz was suchen Ja, ich muss ja noch schauen, dass ich überlebe Was? Wenn es stein bleibt, für längere Zeit weiß ich sowieso Ich hab fast was so geschaut Ich hab doppische Sterne Dschungelfledermaus 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 Ja, das gleiche hab ich dir auch vorher gefragt Also Was bringen sie denn Leaves? Wie heißt denn Leaves Wie heißt denn Ich bin in Deutsch Nein Ich bin in Deutsch Nein Rang Dschungelfledermaus Wir brauchen sie nicht Wir hassen sie nur Mehr Den Heavy Baby Wach 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 Fah auch nur pfeile pfeile gänge leicht aber ich muss jetzt kurzen das den wurs haben heldenhut also da könnte ich in der wahl brauchen kann man einmal um mir da ich schaue kurz obwohl könnte man nicht bald mal eine aufnahme machen weil ich glaube mit facebook mit langsam voll so wenn es wohl ist jetzt mal pc und dann kann man pc vergessen weil das windows nicht so gescheit ist also vielleicht schon aber ich weiß nicht ich habe schon gelöst ja heute werde ich mal kräftig rennen geil der rache ist bei mir gar nichts schon geil oder was der rache ist bei mir gar nichts jetzt ich bin jetzt bei mir ja vorher ja als helden die entwickler was einbaut das nach bestimmten zeiten spürt ich habe aber schon länger gespürt also das war sie vielleicht ist so ein generator zwischen zwei ach join grün join grün aber das trip auch mir um okay okay ich bin auch kurz habe ich gemerkt okay Falls wer fragt was ich tue, ich baue mich in die Luft und schaue ob schon ein Wolkendurm da ist. Okay. Weil die sind vor dem Boss. Die sind vorher ja nämlich auch schon da. Ja, da ist so eine. Das ist jetzt aber wirklich kein Scherz, will ich sagen. Okay, ja. Ich verstehe dich. Wirklich, da ist so eine.